Penny, Sie sind Krankenschwester. Sie haben viele Jahre im Krankenhaus gearbeitet, auf Intensivstationen. Sie haben miterlebt, wie Menschen gestorben sind und haben schließlich beschlossen, eine Studie über Nahtoderfahrung zu machen. Wie ist es dazu gekommen? Mein Interesse daran wurde in der Intensivkrankenpflege schon sehr früh geweckt. Während einer Nachtschicht habe ich mich um einen Mann gekümmert, der im Sterben lag. Ich hatte vor, dem Patienten wie üblich zu waschen und habe den Knopf am elektrischen Bett gedrückt, um es dafür einzurichten. Aber als das Bett sich zu bewegen begann, sprang der Mann vor Schmerz beinahe heraus. Er hatte unglaubliche Schmerzen. Zu diesem Zeitpunkt begegneten sich unsere Augen und es war fast so, als hätte ich mit ihm den Platz getauscht. Ich konnte fühlen, was er durchmachte. Er konnte nicht sprechen, weil er beatmet wurde und einen Luftröhrenschnitt hatte. Aber seine Lippen formten tonlos die Worte, lass mich sterben, lass mich sterben, lass mich in Frieden sterben. Das berührte mich sehr. Aber ich konnte nur den Arzt rufen, der ihm noch mehr Schmerzmittel gab, die aber kaum halfen. Ich fand dann heraus, dass ich dem Mann am meisten helfen konnte, indem ich die Vorhänge vorzog, mich neben ihn setzte und seine Hand hielt. Als er sich beruhigte, wusch ich die leicht erreichbaren Körperteile und er schlief schließlich ein. All das beschäftigte mich so sehr, dass ich bis zum Ende meiner Nachtschicht nur noch daran denken konnte. Auch zu Hause konnte ich nicht schlafen, so aufgeregt war ich. Also rief ich am Vormittag die Station an, um zu erfahren, wie es dem Mann geht. Und meine Kollegen sagten mir, dass er zwei Stunden nach meiner Schicht gestorben war. Mit diesem Erlebnis begann es. Ich las daraufhin vieles über den Tod. Denn damals gab es keine Kurse für eine bessere Versorgung sterbender Patienten auf der Intensivstation. Lediglich über Palliativpflege konnte man etwas erfahren, was aber ein ganz anderer Ansatz ist. Beim Lesen stieß ich dann auch auf Nahtoderfahrungen und fand das sehr interessant. Patienten, die gestorben waren, zurück ins Leben kamen und sagten, dass der Tod eine wunderbare Erfahrung ist. Ich war anfangs skeptisch, vermutlich, weil meine Ausbildung sehr naturwissenschaftlich geprägt ist. Aber je mehr ich über diese Erlebnisse las, desto neugieriger wurde ich. Und dann wurde mir klar, eigentlich arbeite ich am idealen Ort, um hier weiter zu forschen. Genau das tat ich dann. Ich bewarb mich um mein Forschungsvorhaben, beschrieb den Zweck der Untersuchungen und begann mit der Arbeit, die in der Folge buchstäblich mein Leben verändert hat. Mein Weltbild, alles. Es war für mich unglaublich bereichernd. Ich denke, wenn wir etwas über den Tod erfahren, dann lernen wir in Wirklichkeit mehr über das Leben. Wann haben Sie diese Studien durchgeführt? Ich habe die Pilotstudie im Sommer 1997 durchgeführt und die eigentliche Studie im Januar 1998 begonnen. Die Datenerfassung war im Jänner 2003 beendet. Es hat also fünf Jahre gedauert, um die Daten zu sammeln und weitere drei, um sie zu analysieren und die Arbeit zu formulieren. Wie haben Sie diese Studie durchgeführt? Nun, im ersten Jahr wollte ich jeden interviewen, der Patient auf der Intensivstation gewesen war. Egal, ob er da bei dem Tod nahe gekommen war oder nicht. Ich wollte sicher sein, dass mir sozusagen niemand durchs Netz schlüpft. Ich habe mich erkundigt, ob die Patienten irgendwelche Erinnerungen an die Zeit haben, in der sie ohne Bewusstsein waren. Die meisten erinnerten sich an überhaupt nichts und damit war das Interview zu Ende. Es gab aber auch einige, die wissen wollten, weshalb ich danach frage. Ich antwortete dann, dass mich die Erfahrungen der Patienten interessieren. Einige von ihnen öffneten sich daraufhin und beschrieben ungewöhnliche Erlebnisse. An dieser Stelle fragte ich sie, ob wir ausführlicher darüber sprechen können und kam dann einige Zeit später wieder, um ein tiefergehendes Interview zu führen. Wie lange waren Sie mit der Studie beschäftigt? Insgesamt waren es vier, fünf Jahre. Dabei stellte sich bald heraus, dass diese Arbeit sehr zeitaufwendig war, weil ich für die Interviews schon vor Dienstbeginn auf der Station sein musste. Manchmal bin ich auch an einem freien Tag ins Krankenhaus gegangen. Mir wurde klar, dass ich das nicht fünf Jahre lang durchhalten würde, weil ich mehr Zeit im Krankenhaus als zu Hause verbrachte. Nach dem ersten Jahr befragte ich deshalb nur noch Patienten, die einen Herzstillstand erlitten hatten, also vorübergehend klinisch tot gewesen waren. Ich stellte fest, dass es einen großen Unterschied zwischen den Gruppen gab. Im ersten Jahr hatten von 243 Patienten nur zwei von einer Nahtoderfahrung berichtet. Und das waren Menschen, die ihr Bewusstsein verloren haben? Ja, während ihres Krankenhausaufenthaltes. Und die wieder aufgewacht sind? Das ist richtig. Als ich mich dann auf Patienten mit Herzstillstand konzentrierte, war die Gruppe viel kleiner. Aber von 39 Patienten haben sieben von einer Nahtoderfahrung berichtet. Meine Studie zeigte also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von einer Nahtoderfahrung berichtet, in Todesnähe zunimmt. Umso mehr bei denen, die einen Herzstillstand hatten? Ja, Herzstillstand-Patienten berichteten mit höherer Wahrscheinlichkeit von einer Nahtoderfahrung. Wie viele Leute mit Herzstillstand haben Sie interviewt? Während der fünf Jahre waren es die 39 Patienten. Und wie viele von denen hatten eine Nahtoderfahrung? Sieben und andere aus der Gesamtgruppe. Denn ich konzentrierte mich zwar nur auf Patienten mit Herzstillstand, aber es gab einige Kollegen, die mich darauf hinwiesen, wenn einer ihrer Patienten ihnen etwas Ungewöhnliches erzählt hatte und sagten, mit dem solltest du sprechen. Einige dieser Menschen berichteten dann ebenfalls von Nahtoderlebnissen und ich habe sie der Gesamtgruppe hinzugefügt. Insgesamt berichteten während der fünfjährigen Datenerhebung also 15 Patienten von einem Nahtoderlebnis und davon beschrieben acht eine außerkörperliche Erfahrung. Um solche Berichte verifizieren zu können, hatte ich Karten mit Symbolen auf den Herzmonitoren versteckt, die am Bett des Patienten über Kopfhöhe angebracht waren, durch eine Kante verborgen. Die einzige Möglichkeit, sie zu sehen, war also eine Position außerhalb des Körpers. Und diese Karten waren grell gefärbt, damit sie, wenn jemand tatsächlich seinen Körper verließ, mit höherer Wahrscheinlichkeit seine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber in den fünf Jahren der Studie hat niemand diese versteckten Zeichen gesehen, obwohl acht Menschen eine außerkörperliche Erfahrung beschrieben. Die Gründe dafür waren unterschiedlich, aber an sich auch interessant. Denn einige Patienten berichteten, in die den Karten entgegengesetzte Richtung geschwebt zu sein. Andere stiegen nicht hoch genug auf und schauten nur aus etwa einem Meter Höhe hinunter auf ihren Körper. Aber es gab zwei Patienten, die diese Symbole von ihrer Position aus hätten sehen können. Doch beide sagten, ich betrachtete mit so großem Interesse meinen Körper, dass ich mich nicht umgesehen habe. Ein Mann meinte, wenn sie mir gesagt hätten, dass dort versteckte Symbole sind, wäre ich losgezogen, hätte danach gesucht und ihnen dann beschrieben, was es ist. Erinnern Sie sich noch an weitere eindrückliche Berichte? Der vielleicht beeindruckendste Fall war der von Patient Nummer 10, der im Journal of Near Death Studies veröffentlicht wurde. Dieser Patient hat sehr genau die Handlungen der Krankenschwester, des Arztes und der Physiotherapeutin beschrieben. Und ich weiß, dass ein Bericht zutreffend ist, weil ich selbst die Krankenschwester war, die sich damals um ihn gekümmert hat. Dieser Mann war seit einigen Wochen auf der Intensivstation. Er erholte sich nur langsam und weil er noch beatmet werden musste, hatten wir an diesem Morgen die Idee, ihn in einen Stuhl zu setzen, um seine Atmung, den Muskeltonus und seine Haltung zu unterstützen. Doch als wir ihn hingesetzt hatten, begann sein Blutdruck zu fallen, sein Atemrhythmus veränderte sich. Er sah grau und schweißnaß aus. Ich dachte, wenn wir ihn nicht schnell ins Bett bekommen, könnte er einen Herzstillstand erleiden. Also legten wir ihn hin und der Arzt kam, um ihn zu untersuchen. Aber da er gerade mit einem anderen Notfall zu tun hatte, ordnete er nur Flüssigkeit an, um den Blutdruck zu unterstützen und ging wieder. Kurz danach begann der Blutdruck des Patienten wiederzufallen. Ich suchte also einen anderen Arzt und bald war der Oberarzt auf der Station, zum ersten Mal an diesem Morgen. Er untersuchte den Patienten und überprüfte mit einer Lampe seine Pupillenreaktion. Zu diesem Zeitpunkt reagierte der Mann auf keine Schmerzreize, er war völlig bewusstlos. Er bekam also weitere Infusionen, die den Blutdruck normalisierten und nach ungefähr einer halben Stunde begann er zu blinseln und seine Glieder zu bewegen. Das war ein Zeichen, dass er seine Nervenfunktion wiedererlangte. Der Oberarzt freute sich darüber, dass der Zustand des Patienten sich verbesserte und ging zurück in sein Büro. Etwa vier Stunden später kam die Visite zum Bett des Mannes. Etwa zehn Leute, Ärzte, Physiotherapeuten, Pharmazeuten, die Ernährungsberaterin und die Krankenpfleger. Der Patient war nun ganz lebhaft aufgeregt und versuchte sich mitzuteilen. Also gab die Physiotherapeutin ihm eine Buchstabentafel und er buchstabierte, ich bin gestorben und habe alles von oben beobachtet. Der Oberarzt horchte auf und meinte, nun, das sollte sie am besten Penny erzählen. In der Akte vermerkte er, dass der Patient sein volles Bewusstsein wiedererlangt und von einer Nahtoderfahrung berichtet habe. Als ich den Mann dann eingehender befragte, konnte er wirklich ganz genau beschreiben, wie ich seinen Mund behandelt hatte. Als es ihm etwas besser gegangen war, hatte ich ihn zuerst ausgesaugt und Mundpflege gemacht. Ich hatte ein rosafarbenes Schwämmchen in Wasser getaucht und damit seinen Mund gereinigt. Er beschrieb auch, welcher Arzt ihn untersucht hatte. Obwohl er diesen Arzt vor seinem Bewusstseinsverlust nie gesehen hatte, konnte er ihn korrekt identifizieren. Ebenso beschrieb er die Physiotherapeutin, die sehr nervös gewirkt habe, als sie ihren Kopf durch die Vorhänge steckte, um nach ihm zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt war der Patient aber völlig bewusstlos, seine Augen waren geschlossen. Dennoch konnte er genau beschreiben, was geschah. Er erzählte dann auch, dass er weiter nach oben gestiegen sei, in einen rosafarbenen Raum, wo er seinen verstorbenen Vater traf. Dort war auch eine Frau, die er nie zuvor gesehen hatte. Er erkannte sie von Fotografien als seine Schwiegermutter. Außerdem war auch ein Mann dort, von dem er sagte, ich bin nicht sicher, wer das war. Es hätte Jesus sein können. Er sah aber nicht so aus, wie ich mir Jesus vorgestellt hätte. Er hatte lange, ungepflegte Haare, aber er hatte einen durchdringenden Blick und ich fühlte mich von dieser Gestalt und ihren Augen angezogen. Ich war dort sehr glücklich. Alle meine Schmerzen waren verschwunden. Ich wollte nur dort bleiben. Aber die Jesusgestalt sagte, deine Zeit ist noch nicht gekommen, du musst zurückkehren. Unmittelbar danach schwebte er rückwärts, das Bild verblasste und plötzlich war er zurück in seinem Körper. Ich hatte wirklich schlimme Schmerzen, erzählte er. Sie waren so schlimm, dass ich am liebsten gestorben wäre. Dann missverstand der Patient eine Frage von mir. Ich wollte wissen, ob er im außerkörperlichen Zustand irgendetwas Ungewöhnliches hatte tun können. Es gibt ja zum Beispiel Berichte von Menschen, die sich an einen Ort denken und sich sofort dort befinden. Er aber antwortete, oh ja, ich kann meine Hand öffnen. Zu diesem Zeitpunkt war mir die Dimension seiner Aussage nicht klar. Der Mann litt an Kinderlähmung. Er war zum Zeitpunkt dieses Erlebnisses 60 Jahre alt und seine Hand war seit der Kindheit kontrahiert gewesen. Nun konnte er sie plötzlich ganz öffnen. Als ich das mit den Ärzten und der Physiotherapeutin besprach, konnten sie das physiologisch nicht erklären, weil seine Sehnen ja verkürzt gewesen waren. Es wäre eine Operation nötig gewesen, um die Sehnen zu lösen, aber es war keine durchgeführt worden. Das heißt, nachher war seine Hand tatsächlich besser? Ja, er konnte die Hand wieder öffnen. Das ist unglaublich, wir konnten es nicht verstehen. Ich habe sogar seine medizinische Akte durchgesehen, um zu überprüfen, ob er eine physiotherapeutische Behandlung bekommen hatte. Aber nein, in seiner Akte war keine Behandlung der Hand vermerkt. Als ich das mit seiner Schwester besprach, unterschrieb sie mir eine Erklärung, dass er nie zuvor seine Hand so vollständig hatte öffnen können. Erst nach seinem Erlebnis war das möglich. Das allein war, finde ich, schon hochinteressant, denn wenn wir diesen Mechanismus verstehen könnten, wäre es möglich, vielen Menschen mit ähnlichen Leiden ohne chirurgischen Eingriff zu helfen. Es gibt so vieles zu erforschen. Die Lernmöglichkeiten, die sich aus solchen Erfahrungen ergeben, begeistern mich. Sie arbeiten mittlerweile nicht mehr im Krankenhaus. Was machen Sie, um Ihre Erkenntnisse und Einsichten weiterzugeben? Nun, vor allem schreibe ich Bücher. Das ist das Wichtigste. Ich gebe viele Interviews und arbeite auch an der Swansana-Universität in der Erwachsenenbildung. Dort gebe ich Kurse. Ich biete zwei Module an. Das eine hat den Titel Wissenschaft, Spiritualität und Gesundheit, das andere die Erforschung des Geistes und des Bewusstseins. Wir beschäftigen uns mit der Rolle der Emotionen für die Gesundheit, mit der Frage, was der Geist ist, mehr als das Gehirn? Wir betrachten alle Möglichkeiten und beschäftigen uns mit Themen wie spirituelles Erwachen oder spirituelle Notfälle, wenn Menschen also eine Krise erleben oder die dunkle Nacht der Seele und depressiv werden. Manchmal, wenn sie die Krise überwinden konnten, entwickeln diese Menschen auf lange Sicht eine viel positivere Einstellung und gehen mit größerer Weisheit aus dem Prozess hervor. Wir betrachten all diese verschiedenen Aspekte. Ich finde das sehr faszinierend und meine Studenten ebenso. Manche sagten tatsächlich schon am Ende des Kurses, durch das, was ich hier gelernt habe, komme ich mir wie ein anderer Mensch vor. Und wenn ich sie frage, liegt das daran, dass sie jetzt einen Abschluss haben und sich neue Fähigkeiten angeeignet haben, dann antworteten sie, nein, es liegt an dem Kurs selbst. Er hatte ihnen neue Gedanken eröffnet und sie in einer Art motiviert, die sie nicht für möglich hielten. Nach meinem Kurs wurde ich oft gefragt, ob ich ihnen nicht erweitern und weiterführende Module anbieten könnte. Das ist eine Möglichkeit, die ich in Zukunft hoffentlich entwickeln kann. Es sind Erwachsene, die sich zu einem Teilzeitstudium anmelden. Sie kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Junge Mütter mit Kindern, Menschen im Ruhestand, die wieder etwas lernen möchten. Manche arbeiten und wollen eine Zusatzqualifikation, um ihre Karriere zu fördern. Es kommen also alle möglichen Erwachsenen, um zu lernen. Das ist großartig, weil sie großen Erfahrungsreichtum mitbringen. Deshalb lerne ich auch eine ganze Menge von meinen Studenten. Mir macht der Unterricht eine große Freude. Das klappt also ganz gut. Ja, sehr gut. Penny, vielen Dank für Ihre Einsichten und für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre zukünftige Arbeit. Danke, es war mir ein Vergnügen.